Wenn man unter einem Cluster eine Gruppe von ganz bestimmten Molekülen versteht, dann muss der Cluster irgendwann zerfallen. Die Beständigkeit der Cluster lässt sich nur erklären, indem man eine Struktur annimmt, in der Moleküle kommen und gehen können. Die Stabilität der Cluster ist ein weiterer Hinweis auf die Fähigkeit zur Informationsspeicherung. Wasser ist vielleicht der größte Erinnerungsspeicher, den es gibt. Wie ein Riesencomputer. Wir müssen verstehen lernen, wie es sich organisiert. Es ist wie mit dem Alphabet. Durch seine Kenntnis versteht man noch keine Worte oder Sätze. Die Molekularstruktur von Wasser ist wie ein Alphabet. Und wir müssen lernen, Wasser in zusammenhängenden Sätzen zu lesen. Wir müssen verstehen, dass wir nicht. Im Winter 1881 war das Segelschiff Lara auf dem Weg von Liverpool nach San Francisco. Am dritten Tag der Reise war ein Feuer aus. Zusammen mit Captain Neil Carey verließ die Mannschaft das Schiff auf Rettungsbooten. Schon bald gingen die Wasservorräte zur Neige. Nach drei schrecklichen Wochen auf See erreichten sie endlich die Küste und waren wohl auf. Der Kapitän, eigentlich ein sehr nüchterner und pragmatischer Mann, beschrieb später, was sie gerettet hatte. Wir träumten von Süßwasser und begannen uns vorzustellen, wie sich in unser Boot das blaue Meerwasser in grün schimmerndes Trinkwasser verwandeln würde. Ich nahm all meine Kräfte zusammen, fuhr mit der Hand in das Wasser und kostete es. Es war Trinkwasser. Aus der Bibel kennen wir ein berühmtes Beispiel, als Jesus Wasser in Wein verwandte. Er veränderte das Wasser nicht wirklich. Er fügte auch nichts hinzu, sondern verlieh ihm eine ganz besondere Eigenschaft. Wir haben Wasser in Experimenten allen möglichen Einflüssen ausgesetzt. Magnetfeldern, elektrischen Feldern, verschiedenen Substanzen und auch menschlichen Emotionen. Den stärksten Einfluss von allen Faktoren hatten die positiven und negativen menschlichen Emotionen. In Professor Korotkovs Labor werden die Auswirkungen menschlicher Emotionen auf Wasser erforscht. Eine Probandengruppe sollte positive Gefühle, wie Liebe, Zärtlichkeit oder Fürsorge, auf einen Becher Wasser projizieren. Dann wurde der Becher ausgetauscht und die Gruppe sollte das Wasser mit negativen Gefühlen, wie Angst, Wut oder Hass, aufladen. Danach wurden beide Wasserkrobenmessungen ausgesetzt. Und tatsächlich hatte sich das Wasser je nach Art der Emotionen verändert. Liebe erhöhte das Energieniveau des Wassers und stabilisierte es, während Hassgefühle die Energie des Wassers verringert hatten. Ich hoffe, den Menschen zeigen zu können, dass Wasser ein Gedächtnis ist. In Dr. Emotos Labor werden Wasserproben unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Und dann umgehend in einer kryogenischen Kammer schockgefroren. So sieht Wasser nach dem Erhitzen in einer Mikrowelle aus. Das ist der Effekt, den ein Mobiltelefon auf Wasser hat. Zu diesem Wasser hatte jemand Dankeschön gesagt. Entschuldigung. Dank moderner Technik ist es möglich, Wasser auf künstliche Weise zu strukturieren. Sojasamen, die mit strukturiertem Wasser gegossen wurden, weisen eine sechsmal höhere Photonenstrahlung auf, als Sojasamen, die mit Leitungswasser gegossen wurden. Gemüse greift mit strukturiertem Wasser schmierer und baut wesentlich mehr Nährstoffe auf. Die mit strukturiertem Wasser behandelten Sprösslinge waren größer, gerade und stärker, während die ungehandelten kleinen und schwach waren. Und die Pflanzen, die aus den behandelten Samen entstanden sind, sind bereits alle vollständig gereift. Strukturiertes Wasser hat also nachweislich einen Effekt auf das Wachstum von Gemüse. Setzt man für die Feldbewässerung strukturiertes Wasser ein, lassen sich 20 Prozent Wasser einsparen. Und das, obwohl kein Dünger dem Wasser zugefügt wurde, nur seine Struktur wurde verändert. Inzwischen kann die Wissenschaft zwar erklären, auf welche Weise dies geschieht, aber sie hat noch keine Antwort auf die Frage, warum sich all dies so verhält.